Genau, jetzt sollte man es sehen. Also der Titel ist das Versprechen der digitalen Bildung und die Rolle der Hochschule. Was damit gemeint ist, versuche ich jetzt in den nächsten Minuten auszuführen. Am Ende habe ich dann auch so ein paar Fragen mitgebracht, wo wir miteinander ins Gespräch kommen können. Genau, also ich habe im Vorfeld auch einiges dazu schon zusammengestellt unter meinem Blog. Den Link bekommen Sie hier, also vortrag.drdeimann.de. Da habe ich jetzt auch die Folien veröffentlicht. Ich habe so einen Text dazu auch geschrieben und meine Gedanken nochmal zusammengefasst. Ich habe auch Literatur, die ich bearbeitet habe, für den Vortrag da auch nochmal zur Verfügung gestellt. Also es sind mehrere Beiträge, die man da sehen kann. Also dass man sich jetzt ganz auf Zuhören konzentrieren kann und nicht hektisch mitschreiben muss. Wie ist der Vortrag jetzt aufgebaut? Es geht eben um dieses Thema, das Versprechen der digitalen Bildung. Da will ich dann erstmal erklären, was es überhaupt ist, was damit gemeint ist. Und dann versuche ich das so ein bisschen einzuordnen, auch historisch und habe da so drei Schritte vor. Also dass wir einmal zurückblicken. Digitale Bildung ist ja kein neues Phänomen, sondern das ist schon ein älteres, wo es darum geht, Technologien in der Hochschule einzusetzen. Früher hieß es E-Learning. Da habe ich ja angefangen, mich damit zu beschäftigen. Vor 20 Jahren, als ich meine erste Stelle nach dem Studium hatte, also ich habe Erziehungswissenschaft studiert und Politikwissenschaft und dann habe ich angefangen, in einem Projekt zu arbeiten, wo es um multimediales Lernen ging. Also darum, multimediale Inhalte aufzubereiten und für das Lernen an der Hochschule zur Verfügung zu stellen. 20 Jahre ist eine lange Zeit, da ist einiges passiert. Und deswegen will ich da auch mal zeigen, was da alles passiert ist, um aber auch deutlich zu machen, dass bestimmte Argumentationsmuster, die dahinter sich verbergen, stabil geblieben sind. Und dann will ich auch nicht so lange mit meiner Geschichtsstunde sie aufhalten, sondern da geht es dann in die Gegenwart, wo wir uns jetzt alle befinden, nämlich Covid-19. Ich habe es jetzt mal ein bisschen provokant Zwangsdigitalisierung genannt. Das heißt, wir sind ja jetzt im dritten Corona-Semester, was ja nicht einfach ist. Also ich hatte letztes Semester einen Lehrauftrag in Köln und da hatte ich eben ein Semester lang Zoom-Lehre gemacht und weiß, wie herausfordernd das ist, wie anders das ist. Und das wollte ich dann auch mal beleuchten, was das jetzt heißt und was das bedeutet. Und dann aber einen Blick versuchen, einen vorsichtigen Blick in die Zukunft. Also wir wollen ja alle raus aus der Pandemie, was passiert danach, was ist da wichtig oder wie kann man sich das vorstellen, wie stellt sich das dann dar, so dieses Thema digitale Bildung. Genau, jetzt fangen wir erstmal an mit dem Grundlegenden. Also was meine ich überhaupt mit dem Versprechen digitaler Bildung, bevor wir dann konkret in die Historie und in die Entwicklung einsteigen. Und zwar verstehe ich darunter eben bestimmte Argumente, bestimmte Erzählungen, also wie über Technologien gesprochen wird im Bildungsbereich. Und da ist es ja so, dass man ganz grob sagen kann, digitale Technologien sind ja was Positives. Also sie sind sehr positiv besetzt in der Gesellschaft. Wir sind in der Digitalisierung, wir sind in der digitalen Transformation. Und es ist also besetzt mit Vorstellungen des Fortschritts und auch des Wohlstands. Und warum das jetzt auch so gut greift im Hochschulbereich, das liegt an bestimmten Dingen. Die habe ich jetzt hier unten mal aufgeführt. Also dass diese Erzählung, digitale Technologien sind was Positives, sind was Gutes, auch für die Hochschule ist, dass man das so darstellt, dass Hochschulbildung dringend, also einerseits darstellt, dringend reformbedürftig ist. Das heißt, Hochschulen sind schon sehr alt, sehr traditionell, tun sich schwer mit Innovationen. Also seit mehreren hundert Jahren ist zum Beispiel die Vorlesung, was Standard. Also ich sitze jetzt hier in meinem Arbeitszimmer in Berlin und spreche zu Ihnen in Frankfurt oder wo auch immer. Normalerweise würde ich jetzt irgendwo auch vor Ihnen stehen, so frontal und irgendwo, deswegen heißt es auch noch Vorlesung. Man liest auch so ein Buch vor, wo man sich fragt, wie zeitgemäß ist das denn noch, wenn es Internet gibt und YouTube und eben ganz viel Inhalte in anderer Form. Und Hochschulen orientieren sich ja immer noch an diesen Veranstaltungsformaten, wie jetzt Vorlesungen oder Seminaren. Und das ist also das eine, wir brauchen dringend ein Update oder ein Upgrade und da helfen uns Technologien. Der zweite Punkt ist eben, dass wir sehen können, digitale Technologien revolutionieren, gesellschaftliche Bereiche wie die Arbeit und die Wirtschaft oder auch die Freizeit. Wenn man sich mal zurückversetzt, wie man vor zehn Jahren noch seine Freizeit gestaltet hat oder Medien- und Konsumverhalten, ist es heute ja sehr viel anders da. Also mit Smartphones kann man ja ganz viel machen, Streaming-Dienste, kann Essen bestellen, man kann Urlaub buchen, alles mit ein paar Klicks auf dem Handy. Und deswegen ist dann so die Argumentation, dass eben deswegen digitale Technologien auch in der Bildung Einzug erhalten müssen. Also das ist jetzt nicht nur meine Sicht, sondern ich versuche das eben so auf eine kritische Art darzustellen, dass so ein Argument ist, was in der Wirtschaft gut funktioniert oder in der Arbeitswelt, muss auch in der Bildung funktionieren. Und deswegen wird auch so eine Art Imperativ abgeleitet, das heißt, digitale Technologien müssen in der Hochschule eingesetzt werden. Das ist keine Frage, sondern das ist eher so eine Forderung. Und dazu komme ich dann auch noch, also vor allen Dingen von der Wirtschaft oder auch von der Politik, wird es eben sehr stark eingefordert. Und warum? Weil eben die Hochschulen bisher sehr konservativ sind. Also ohne Corona würden wir ja nicht alle jetzt wissen, wie das mit Zoom geht, mit den ganzen Formaten und mit der ganzen Digitalisierung. Und das liegt eben daran, dass man davon ausgeht, Hochschulen sind sehr konservativ und sperren sich auch gegen die tiefere Integration digitaler Technologien. Weil das Leitbild ist eben die Präsenz. Man tauscht sich im Seminarraum aus oder steht vorne vor dem Plenum und hält seine Vorlesung. Und da waren halt Technologien lange Zeit nur so ein Add-on, was man begleitend dazu gemacht hat. Und das ist halt so eine Argumentation. Also das Versprechen würde jetzt bedeuten, dass digitale Technologien eben zu Verbesserungen führen, zu mehr Effizienz, zu anderen Lehr- und Lernformaten. Und wichtig dabei ist jetzt zu verstehen, dass es oftmals gar nicht hinterfragt wird. Also ist das wirklich so? Wo sind die Belege dafür? Gibt es da irgendwelche empirischen Evidenzen? Sondern das wird einfach behauptet und hat aber dadurch, dass man dann auf andere Bereiche rekurriert, also andere gesellschaftliche Bereiche wie die Arbeit, hat es so eine hohe Überzeugungskraft. Wenn es dann heißt, ja, Arbeit 4.0, brauchen wir auch Bildung 4.0. Das ist so ein ganz einfacher Analogieschluss. Aber den kann man jetzt gegenüberstellen. Ich habe mich da nochmal nachgeforscht. Und auch so in der kritischen Literatur, da gibt es ein schönes Buch von 2014, Teaching Machines, wo es genau um diese Intersection geht, heißt hier also um die Schnittstelle zwischen Bildung und Technologien, mit der ich mich ja auch beschäftige. Und da habe ich halt so diese Aussage gefunden, die ich hier nochmal übersetzt habe. Also das Trotz des Potenzials, und damit ist gemeint, was ich gerade ausgeführt habe, also führt zu Verbesserungen, zu Effizienz, zu besseren Lernergebnissen, weniger Dropout. Also da gibt es eine ganze Reihe von Argumenten aus dem Potenzial. Aber ungeachtet oder trotz dieses Potenzials, das man in den Bildungstechnologien sieht, gibt es bisher eben noch keine überzeugende Alternative zum Status quo. Das heißt ja, wir arbeiten heute jetzt mit der Ringvorlesung auch so ganz klassisch. Wir nehmen zu und ersetzen das. Wir könnten, also was man sonst im Seminar, in der Vorlesung machen würde, ersetzt das. Und die Frage ist das jetzt, kann das noch mehr sein? Das ist eigentlich nur die digitalisierte Variante des bisherigen. Und sind eigentlich auch andere Möglichkeiten denkbar. Das heißt, das ist der Technologieeinsatz, ist dann nach wie vor auch eher so an diesem bestehenden System orientiert und will den gar nicht grundlegenden Veränderungen. Genau, jetzt kann man sich nochmal fragen, was hinter den Versprechen steckt. Das sind ganz klar kommerzielle und wirtschaftliche Interessen. Das heißt, mit Bildungstechnologien kann man Geld verdienen. In Deutschland noch nicht so sehr, da ist noch kein Markt. Also wir sprechen da von EdTech, Educational Technology. Das ist ja in den USA oder in Großbritannien oder asiatischen Ländern, das ist ein riesen Geschäftsfeld mit Milliarden Umsätzen. In Deutschland noch nicht. Weil Deutschland ja auch zu wenig Geld ausgibt für Gründungen, für Startups, die sich jetzt mit intelligenten Lösungen beschäftigen, für den Hochschulbereich oder den Schulbereich. Und das heißt eben, wenn man jetzt, oder man hat es auch gesehen, mit Zoom, dem Erfolg, dass jetzt ganz viele Hochschulen Zoom-Lizenzen gekauft haben, hat man ja auch einen Markt bereitet für Zoom. Und es sind die wirtschaftlichen Interessen, die diese Versprechen nach besserem Lernen, mehr Effizienz vorantreiben. Und es ist natürlich auch eine politische Agenda, die dahinter steckt. Das heißt, die Bildungspolitik will die Hochschulen reformieren, will sie verändern, will sie zukunftsfähig machen, will auch bestimmte Inhalte stärker einbringen, wie jetzt künstliche Intelligenz, dass möglichst viele Studierende programmieren lernen. Das ist ja eine wichtige Zukunftsfähigkeit. Also ist da dieser Reformbille einfach da. Und das sind eben Punkte, die jetzt aber auch nicht immer aus der Hochschule selbst herauskommen. Also die Hochschulen sagen ja nicht von sich, wir müssen uns jetzt grundlegend verändern, sondern das wird von außen herangetragen. Also dass eben kommerzielle Anbieter kommen, wie jetzt Zoom oder auch vorher sagen, wir haben die Lösung. Und diese Lösungen sind aber oft daran orientiert, den bisherigen Status quo zu erhalten. Also das sind nicht wirklich Lösungen für Bildungsprobleme, sondern eher Möglichkeiten für Absatz, für Produkte. Genau. Und hinter den Versprechungen stecken ja auch bestimmte Rhetoriken oder wie man auch nennen kann Erzählungen. Das heißt bestimmte Arten, wie man über die digitalen Technologien spricht. Das ist jetzt sowas wie der gesunde Menschenverstand. Also damit gemeint ist, was in anderen gesellschaftlichen Bereichen funktioniert, muss ja auch in der Hochschule funktionieren. Also wir bestellen alle ganz viel, wenn wir einkaufen, jetzt über digitale Dienste. Wir schreiben kaum noch Briefe, sondern verschicken E-Mails. Also da sieht man ja diesen Fortschritt durch Technologien. Warum nicht auch in der Hochschule? Allerdings, wenn man da genauer hinguckt, ist es ja so, dass die Hochschulen eben gar nicht so wirklich durchtechnologisiert sind. Also jetzt durch Corona hat sich da jetzt einiges geändert, aber davor war das alles eben sehr konservativ. Und zum Beispiel Smartphones werden ja in der Lehre nicht systematisch eingesetzt. Dass man sagt, google doch mal über dieses und jenes Thema, sondern da gibt es ja so, also im Schulbereich schätze ich, Handyverbot. Auch im Hochschulbereich tun sich dann viele Dozierende schwer, wenn man da einen Laptop aufgeklappt hat und sich dahinter versteckt. Weil man weiß ja nicht, was man da macht. Shopping oder E-Mails checken oder sich wirklich mit dem Inhalt befassen. Also hat auch immer was mit Kontrollverlust zu tun. Und eine andere Erzählung ist, dass Deutschland ein sehr technologisch fortgeschrittenes Land ist. Also so das Selbstbeschreibung mit Automobilbau zum Beispiel. Und die Menschen sind auch technisch aufgeschlossen. Jeder hat ein Smartphone. Warum wird es dann nicht mehr in der Hochschule eingesetzt, die digitalen Technologien? Also es sind alles Dinge, die jetzt so ein Bild erzeugen. Hochschulen sind sehr konservativ, brauchen dringend eine Reform. Und Technologien bieten genau die Lösung dafür, damit die Bildung besser wird, die Hochschulen effizienter sind, die Lehre sich flexibilisiert. So, das ist ganz grob damit dargestellt, was ich meine mit den Versprechen. Und jetzt, genau, jetzt habe ich hier nochmal, um das mal konkreter zu machen, das ist jetzt hier vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die haben da jetzt so eine Strategie ausgegeben, also man sieht, wie wichtig dieses Thema ist. Also Bildung, das ist dann die Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft. Also die Gesellschaft, gesellschaftlicher Wandel. Wir sind ja nicht mehr in der Industriegesellschaft, sondern in der Postindustriegesellschaft, Wissensgesellschaft oder Dienstleistungsgesellschaft. Und da habe ich hier so einen Screenshot, wo die Strategie erläutert wird. Und da geht es unter anderem auch um den Bildungsbegriff. Und da sieht man, wie der sich auch wandelt. Also wenn man so ganz klassisch herangeht, da geht es ja um Autonomie, um Reflexion, auch um eine kritische Distanz. Wenn man sich hier das genauer anguckt, bin ich der Meinung, dass es da eher um sowas geht wie Anpassung oder Selbstoptimierung. Also hier in diesem Screenshot werde ich so angedeutet. Das heißt, es ist nach wie vor wichtig, dass man ein Grundstück an Wissen hat und über klassische Kompetenzen wie Urteilskraft, Problemlösungsfähigkeit oder Teamfähigkeit verfügt. Aber, jetzt kommt es, wichtig ist eben, seine Qualifikation fortlaufend zu erweitern und um sich für eine wandelnde Arbeitswelt gut aufzustellen. Und das ist natürlich eine Verwässerung auch des Bildungsverständnisses, wo es eben mehr um diese Anpassung geht, um das Aufrüsten seiner Employability, Förderung von Human Kapital. Also wo so ein Bildungsbegriff einfach verwässert wird. Und da spielen natürlich, das sieht man hier in einem Screenshot, das ist immer sehr beliebt, solche AR- oder VR-Brillen, um einfach auch so die Zukunftsfähigkeit zu zeigen. Da lassen sich PolitikerInnen gerne mit fotografieren, mit so fancy Brillen oder vor interaktiven Whiteboards, um zu zeigen, ja, wir sind dem Thema aufgeschlossen. Die Frage ist dann aber, wie sinnvoll ist es oder welchen Bildungsbegriff steckt da dahinter? Das habe ich hier mal versucht, so kurz ein bisschen aufzutröseln. So, jetzt wollte ich, das war jetzt so eine kleine Vorbemerkung, jetzt wollte ich mal mehr einsteigen in dieses Thema vom E-Learning zur Digitalisierung der Hochschule. Einfach mal ein Bild zu machen, das klar zu machen, das ist schon ein sehr altes Thema, was da alles passiert ist. Die Versprechen, also dass durch Technologien Bildung besser wird, sind immer gleich, die Technologien verändern sich. Und bisher ist es auch nicht so wirklich passiert, dass die Versprechen sich erfüllt haben. Ich habe jetzt hier eine Übersicht mitgebracht, das zeigt nochmal so die letzten 20, 30 Jahre. Und da will ich jetzt nicht auf alle Punkte eingehen, aber nur deutlich machen, es ist schon Mitte der 90er Jahre losgegangen. Also hier ist so erste E-Learning-Projekte in Deutschland, wo in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen hat viel Geld investiert, um Förderung für E-Learning-Projekte an Hochschulen auch. Es gab dann, da habe ich ja gearbeitet in dem Projekt, Neue Medien in der Bildung hieß das, das war von 2001 bis 2003. Da wurde sehr, sehr viel Geld investiert. Nachhaltigkeit muss man auch eher kritisch sehen, das heißt, was bleibt davon übrig, von dem ganzen Geld, was da investiert wurde. Weil, da komme ich auch gleich, warum das so ist, habe ich gleich noch was dazu, sondern es geht erstmal darum, deutlich zu machen, wie viel Geld da reingeflossen ist. Es gab dann die Föderalismus-Reform, das heißt, da hat sich die Zuständigkeit des Bundes für Hochschulprojekte geändert, die waren dann nicht mehr zuständig, das liegt jetzt alles in Sachen der Länder. Der Bund fördert weiterhin indirekt, also geht darum, auch mal viele Projekte zu fördern, um eben auch so diese Versprechen zu bedienen, versuchen, die einzulösen. Ein wichtiges Datum war dann 2012, wo die sogenannten Massive Open Online Courses aufgestanden sind oder aufgekommen sind und das war auch wirklich so ein Paradebeispiel für ganz überzogene Erwartungen, aufgeheizte Diskurse. Also man hat da wirklich gesprochen von Revolution, das Ende der Hochschulen, hat sich alles nicht bewahrheitet, weil Hochschulen gibt es ja immer noch. Und die MOOCs haben jetzt auch nicht alle Lehrenden arbeitslos gemacht. Das war ja immer so die große Befürchtung, wenn es alles gibt im Internet und ich kann mir das alles angucken, wann ich will, warum muss ich mich da noch einschreiben? Das war vor allen Dingen in den USA ein Riesenthema, weil da die Gebühren, die Studiengebühren exorbitant höher sind als in Deutschland. In Deutschland haben die sich nicht wirklich etabliert, eher so als Ergänzung, Vertiefung. Aber dass sie jetzt wirklich ein Ersatz geworden sind, das kann man nicht sehen. Genau, es gibt dann eben auch jetzt so auf der politischen Ebene Bewegung, es gibt jetzt so etwas wie das Hochschulforum Digitalisierung auch seit einigen Jahren. Das ist so ein sogenannter Think Tank, da bin ich auch aktiv und da sieht man eben, wie so dieses Thema diskutiert wird, wie viel Bedeutung es hat. Also auch viel strategische Bedeutung. Früher war das so, da hat man, also vor 20, 30 Jahren hat man ein kleines E-Learning-Projekt gehabt, hat dann was entwickelt, war dann auch immer so am Rand. Also man hat dadurch eine Veranstaltung ergänzt, eine Lehrveranstaltung. Heute ist es oder seit ungefähr fünf Jahren oder seit dem Hochschulforum Digitalisierung hat es eine hohe strategische Bedeutung. Das heißt, wir sprechen da von Digitalisierungsstrategien. Die Digitalisierung betrifft nicht nur die Lehre, auch die Forschung, auch die Verwaltung. Also ein grundlegender Wandel wird dadurch angezeigt. Und dann 2020 jetzt die Corona-Krise mit den ganzen Krisen und Reaktionen, wo man es eigentlich zum ersten Mal sieht, was das wirklich so eine umfassende Digitalisierung bedeutet. Also etwas provokant formuliert könnte man auch sagen, vorher war alles nur so Geplänkel, also es wurde immer mit viel Getöse erzählt und die Erwartung geschürt. Aber so richtig etabliert hat sich es noch nicht. Deswegen haben sich auch die Versprechen nicht eingestellt. Genau. Hier habe ich nur mal einen Screenshot, wo man sieht, so diese Bedeutung des E-Learning-Begriffs war 2004 sehr hoch, ist dann im Verlauf, also die blaue Linie immer weiter runtergegangen. Und dann langsam hat sich so dieser Begriff Digitalisierung als zeitgemäßere Variante etabliert. Und das sieht man ja so ab 2015, wie sich das langsam angleicht. Also auch als die MOOCs ankamen in Deutschland, war sehr viel Gerede. Und auf einmal hat man nicht mehr von E-Learning gesprochen, sondern von Digitalisierung als komplexeres Ganzes, was jetzt die ganzen Hochschulen bewegt und verändern soll. Genau. Jetzt muss ich nochmal gucken, also nochmal auf dieses Versprechen. Was wurden da genau angelegt? Also bei den ganzen Technologien, bei der ganzen Förderung, bei den ganzen Innovationen geht es ja nicht nur um Technologien, sondern auch, das ist mir immer wichtig, um bestimmte Annahmen, Erwartungen, die damit auch geschürt werden. Also es geht um Effizienz. Das heißt eben mit digitalen Technologien können Kosten und Personal eingespart werden. Das ist besonders bei den MOOCs deutlich gewesen mit Skalierung. Das heißt, da waren Kurse mit hunderttausenden Studierenden. Da kann man sich natürlich fragen, wie soll da die Betreuung funktionieren? Aber aus bestimmter Sicht ist es natürlich attraktiv, wenn ich sage, ich brauche da nicht mehr tausende Lehrende, sondern nur noch zehn. Und vielleicht auch nur noch Teaching Assistance. Und das hat halt bei bestimmten Personen eine hohe Attraktivität, so ein Argument. Weil Hochschulen sind auch nicht immer auf Rosen gebettet, sondern eher chronisch unterfinanziert. Und wenn man dann kommt und sagt, hier kann man Geld mit einsparen, ist das eine gute, ist das attraktiv. Und es wird auch gerne so verkauft, es geht um Entlastung bei didaktischen Routinenaufgaben. Also ich muss nicht immer nur, ich muss nicht jedes Semester die Vorlesung, Einführung in die BWL oder Einführung in die Erziehungswissenschaft halten. Weil ich erzähle ja immer wieder das Gleiche. Das heißt, ich mache die Vorlesung einmal, zeichne die auf und sage, so liebe Studierende, guckt euch das Video an. Ich als Dozierende werde entlastet und kann mich dadurch auf die eigentliche Lehre, also das Gespräch, die Diskussion begrenzen. Das ist auch ganz beliebt. Die Frage ist, funktioniert das wirklich so und wollen auch Lernende dann nur noch Videos zeigen oder, also wie geht man damit um? Also ich habe da jetzt auch keine Lösung. Ich will das eben nur so als Frage oder als wichtigen Punkt mit reingeben. Und natürlich ist bei digitalen Technologien immer auch so dieses Thema, es ist viel adaptiver. Ich kann jetzt, ich spreche jetzt für Sie alle, also weiß jetzt auch nicht, wie viele Erfahrungen haben Sie schon mit Digitalisierung, wie ist Ihr Kenntnisstand, wie ist Ihr Interesse, wie ist Ihre Motivation jetzt um 16.41 Uhr an diesem wunderschönen sonnigen Tag zuzuhören. Und wenn ich jetzt kein Mensch wäre, sondern eine hochintelligente künstliche Intelligenz, könnte ich ja versuchen, über jetzt Gesichtsmimik zu erkennen, ist jetzt jemand müde oder da muss ich irgendwie meinen Stil ändern oder kann ihn anpassen oder sehe ich, dass sie sehr aufmerksam sind, dann kann ich ja sagen, ja, ich gebe jetzt nochmal Gas und gebe noch mehr Informationen. Das kann ich ja als Mensch nicht so gut. Und die Erzählung ist, oder dieses Versprechen ist, mit künstlicher Intelligenz ist es viel besser möglich. Wir müssen nur gewisse Dinge messen bis hin zu irgendwelchen Hirnströmen oder Hautleitwiderständen und dann hat man eine viel effizientere Lehre. Also ich finde es auch sehr gruselig, aber es sind Dinge, die man so findet. Nicht nur um Geld zu verdienen, sondern auch wirklich um eine andere Lehre zu etablieren. Und letzter Punkt hier ist, es geht auch um die Erweiterung und Ergänzung der Hochschulorganisationen. Ich glaube, das sind halt sehr praktische Dinge, die helfen würden. Also sowas wie, kann ich mich digital einschreiben, gibt es nicht eine App für alles von Einschreibung, Prüfungsbelegung, irgendwie Geld aufladen für Mensa essen. Da klemmt es ja noch an vielen Stellen, wo man eben noch nicht so digital ist, was die Verwaltung betrifft. Und da bieten Digitaltechnologien eben auch andere Möglichkeiten, das Ganze zu organisieren. So, jetzt wollte ich hier nochmal darauf eingehen, also wie diese Versprechen umgesetzt werden bisher. Also es gibt klassischerweise ganz viele externe Anreize, sehr viel Geld von der Bundespolitik, von den Ländern für die IT, für Software, für Apps. Es gibt ganz viele Förderprogramme von Bund und Ländern, um eben gewisse Innovationen anzuleiern, um E-Learning voranzutreiben. Wie eben sowas wie Neue Medien der Bildung oder auch ein Klassiker ist so Schulen ans Netz. Das gab es schon in den 90ern, hat sich auch nicht wirklich durchgesetzt. Das sehen wir ja heute an der Corona-Diskussion. Muss man ja noch in die Zeitung gucken, dass bis 2021 noch nicht mal jede Lehrkraft in der Schule eine dienstliche E-Mail-Adresse hatte. Oder ein eigenes Laptop. Also da sieht man, wie weit es noch auseinander geht. Aber man, also hier dieses Bild rechts, wir fragen sich, was soll das? Das ist mein altes Klassenzimmer, wo ich 1994 Abitur gemacht habe. Da war ich, als es 25 Jahre Abiturfeier hatte, war ich da mal eingeladen und habe da das gesehen. Und früher sah das natürlich nicht so aus, als ich Schüler war. Da gab es noch nicht diese Monitore und die PCs. Aber ich fand es halt so treffend. Also früher saßen wir eben so da und haben dann zugehört. Heute sitzt man immer noch genauso da, hat aber den Computer vor sich. Damit will ich aber nochmal zeigen, wie wenig sich eigentlich ändert, aber wie viel der Anschein erweckt wird. Es ist jetzt ganz anders da, es ist ganz fortschrittlich. Aber tatsächlich ist es nicht immer so. Genau, weil es werden halt gewisse Dinge vergessen bei dieser ganzen Diskussion oder bei den ganzen Maßnahmen um Digitalisierung. Es fehlt nämlich oft an der systematischen Integration in der Hochschullehrung. Also wie Technologien auch in den Fächern, in den Studiengängen, in Bachelor- und Masterprogrammen eingesetzt werden. Da gibt es noch zu wenig. Das merkt man ja jetzt an der Corona-Sache, weil da viele jetzt einfach nur ihre Vorlesungen digital halten oder ihre Seminare und sich gar nicht in der Lage waren, das irgendwie anders dazu zu gestalten. Also weil das eben der Punkt ist, Kompetenzentwicklung der Lehrende wurde auch vernachlässigt. Es gibt immer viel Angebote dafür, aber die Nachfrage ist gering, weil man eben sich auch mehr so der Präsenzlehre verschrieben hat, weil man mit anderen Dingen beschäftigt war. Da fehlen auch die Anreize. Und auch sowas wie E-Learning-Support fehlt auch nachhaltig. Also es gibt an vielen Hochschulen nur befristete Stellen, die dann etwas anbieten, wenn jemand eine Frage hat, für jetzt eben sowas wie Kompetenzentwicklung. Und dann kann es sein, dass wenn die Stellen auslaufen, dass sie nicht wieder besetzt werden. Und dann hat man als Lehrerin da gar keinen Ansprechpartner. Ich weiß nicht, wie ich dann jetzt gewisse Software vielleicht update. Und was ein großer Hinderungsgrund ist, ist sowas wie Regularien und Verordnungen der Hochschulen. Dazu habe ich hier was. Das klingt jetzt sehr, sehr technisch und sehr trocken, ist aber interessant. Nämlich die sogenannte Lehrverpflichtungsverordnung. Das heißt, jeder Lehrende muss ja ein gewisses Deputat an Lehre machen. Dafür wird er ja bezahlt. Und hier ist das Beispiel Nordrhein-Westfalen. Und da ist eben interessant, dieser Passus, also diese Lehrverpflichtungsverordnung regelt eben die Lehre und das Personal an Universitäten und Fachhochschulen. Und da heißt es bei diesem zweiten Punkt, Punkt, dass Erstellung und Betreuung von Multimedia-Angeboten, da merkt man schon an der Formulierung, das ist nicht die allermeiste Version. Also heute spricht man nicht mehr so von Multimedia. Und virtuell durchgeführte Lehrveranstaltungen, die Anrechnung ist gedeckelt, nämlich auf 25 Prozent. Das heißt, ich habe ja da zum Teil mehr Aufwand, weil ich mich neu einarbeiten muss in die Erstellung oder in ein Videoschnittprogramm zum Beispiel oder in digitale Lernprogramme. Da muss ich mich einarbeiten. Und diese Einerweisungszeit wird mir gar nicht voll angerechnet. Das heißt, es ist ein negativer Anreiz. Das heißt ja nichts anderes wie, dann lasse ich die Finger davon, weil ich kriege das nicht angerechnet. Wenn ich ein hohes Deputat habe, also gerade an Fachhochschulen ist es ja enorm hoch, also wie viele Seminare und Vorlesungen man machen muss. Und da schafft man das sehr schlecht, wenn es nicht alles angerechnet wird. Also es ist ein negativer Anreiz und es wurde auch vergessen. Also man hat viel Geld in die Technik investiert und hat es sich so auch dadurch erzählt, wie fortschrittlich man ist. Aber es wurden eben so ein paar Hausaufgaben vernachlässigt. Und das betrifft jetzt hier dieses Thema Anrechnung. Und das ist wirklich ein K.O.-Kriterium. Weil viele Lehrende gucken dann, kriege ich das angerechnet oder nicht? Wenn nicht, dann macht man es eher nicht, weil man hat so viel zu tun. Das liegt ja nicht daran, dass sie es nicht wollen, sondern dass es dadurch so eine strukturelle Behinderung gibt. So, jetzt wollte ich mal springen in die Gegenwart. Also das war jetzt nochmal so, um zu zeigen, es wurde viel Geld investiert. Es wurde viele Projekte gestartet, nicht immer nachhaltig, weil eben diese Hausaufgaben oder diese Baustellen nicht vollständig bearbeitet wurden. Der Blick war nicht ganz so umfassend. Vielleicht kann man es so sagen. Genau. Also was ist passiert? Wir haben am 11. März, also vor über einem Jahr, die WHO Covid-19 als Pandemie ausgerufen. Und das war schon zu Zeiten, als Hochschulen, also Fachhochschulen, schon mitten im Semester waren. Also die hatten ihren Betrieb schon gestartet, Universitäten noch nicht, sondern das Sommersemester stand davor. Und da war, und das ist interessant, sich das heute mal anzugucken, eben die Erwartung, das ist eine Riesenherausforderung, oder wie es hier heißt, in diesem Text, in dieser Nachrichtenmeldung, eine Herkulesaufgabe. Das heißt, man dachte, oh Gott, wie soll man das schaffen? Es ist ein außergewöhnliches Sommersemester, weil es muss voraussichtlich komplett digital stattfinden. Das gab es noch nie. Und deswegen habe ich ja versucht, das nochmal mit der E-Learning-Entwicklung zu zeigen. Also wenn man dann sich bewusst macht, dass da eigentlich schon viel passiert ist, hätte man auch andere Erwartungen haben können. Nämlich, ja, wir schaffen das. Aber man sieht, dass bisher die E-Learning-Entwicklung eher eingeschränkt war, auf einzelne Aspekte, also einen engen Fokus hatte und nicht als wirklicher Ersatz für die Hochschule ist. Weil sonst wäre das ja leichter möglich gewesen. Genau. Ich habe jetzt hier nochmal eine Übersicht aus der Krisenbewältigung. Das haben Sie ja alle live miterlebt. Also es gibt diese Phase Null. Die finde ich halt wichtig, dass man sich anguckt, was war so der jeweilige Stand der Digitalisierung an der Hochschule. Der ist ja wahnsinnig verschieden. Einige, die gut ausgestattet waren, die hatten da viel gemacht. Also an Technologien, an Kompetenzvermittlung, an Support. Und also an Technik, Organisation, didaktisch. Und auch so kulturell, also wie man E-Learning auch versteht, Digitalisierung versteht, an Hochschule. Ist das was, wo wir uns dem verschreiben und sagen, ja, wir sind offen dafür und sehen das als Mittel der Innovation oder sagen wir, nein, Digitalisierung sehen wir nicht als wichtiges Thema an. Wir verstehen uns als Präsenzhochschule. Kann ja auch sein. Genau. Und was ist jetzt passiert? Also es musste was passieren. Es war diese Krisenintervention mit ganz vielen Taskforces, weil der Lehrbetrieb musste sichergestellt werden. Es wurden also ein Horrorverfahren, was auch außergewöhnlich ist, weil Hochschulen sind sonst nicht so schnell, wurden Zoom-Lizenzen gekauft, was auch datenschutzrechtliche Probleme hat, amerikanischer Dienstanbieter, aber war eben das Gebot der Stunde. Ist natürlich auch wieder, kann man sagen, warum hat man vorher nicht eine deutsche Videokonferenz- Server-Lösungssystem entwickelt? Warum muss man jetzt auf die Amerikaner zurückgreifen, auf Zoom oder Microsoft Teams? Genau. Dann hat sich aber, es war ein wahnsinniger Kraftakt und dann hat sich das so ein bisschen normalisiert und man hat sich eingerichtet. Und dann ist aber das passiert, was hier, finde ich, auch als Zoom-Fatig, also Zoom-Müdigkeit bezeichnet wird. Das kennen Sie ja bestimmt alle. Ich kenne es auch, weil ich letztes Semester auch eine Lehrveranstaltung hatte, wo man dann eben, man hat Breakout-Rooms, da kann man ein bisschen Abwechslung machen, aber sonst ist es eben anstrengend, weil ich sehe sie nicht direkt. Man hat nur so eine kleine Kachel. Nicht alle haben die Kachel an, ist schwarz. Kann ich auch verstehen, wenn man nicht will, wie sieht es bei mir zu Hause aus? Kann ich alles nachvollziehen. Aber hat eben, also verändert dann die Lehre. Und dann ist ja jetzt auch so diese Frage entstanden, was ist überhaupt digitale Lehre? Also ich glaube, klar ist, dass das, wie es bisher gelaufen ist, dass das nicht digitale oder gute digitale Lehre ist, sondern das muss irgendwie anders sein. Aber dieses, wie anders ist und wie sieht es dann aus, das ist ja genau jetzt die Frage. Und wir sehen ja auch, dass jetzt eine sehr große Sehnsucht entsteht, zurück zur Präsenz. Das heißt, man will wieder zurück in die Präsenz, aber diese positiven Erfahrungen, die man jetzt durch die Corona-Krise gemacht hat, nicht vergessen oder vernachlässigen, sondern wir es irgendwie verknüpfen. Und dieses irgendwie wird dann als hybride Lehre bezeichnet. Das heißt also, eine Verknüpfung von Präsenz-Formaten und Online-Formaten. Und da sind wir jetzt wohl in der Phase 2 und 3. Das heißt, man könnte sagen, die Versprechen sind teilweise eingelöst, weil die Umstellung erstaunlich gut lief. Also das ist auch so eine Formulierung, die habe ich ja hier in Anführungszeichen gesetzt, weil die auch, finde ich, charakteristisch ist. Weil die Annahme dann eine andere war. Man dachte, man schafft es nicht. Und deswegen lief es jetzt erstaunlich gut. Was auch immer in den ganzen Diskursen folgt, die früher im E-Learning-Bereich geführt wurden, dann sagt man, natürlich schafft man das. Hochschulen und Digitalisierung, das wird gut funktionieren. Also was hat gut funktioniert, ist eben die Technik anzuschaffen, aber die Didaktik ist da noch ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Also man hat viel Technik angeschafft, man hat auch Support-Angeboten für die Lehrenden, also Schulungen, dass die gezeigt bekommen, wie bedient man Zoom, wie mache ich eine Breakout-Session, wie mache ich ein Webinar. Und das Problem hier ist, das hat auch eine Studie gezeigt, die ich hier verlinkt habe, ist die fragliche oder offene Nachhaltigkeit durch Auslaufen vom Finanzprogramm. Die haben sich das mal angeguckt, auch die Finanzierung von Support-Einrichtungen an Hochschulen. Und da ist eben eine Gefahr, dass diese Mittel, die eben nicht verstetigt sind, auslaufen. Und dass man dann diesen hohen Bedarf, den man hat, also weil der ist jetzt durch Corona ja explodiert, und der wird auch weiterhin hoch sein, dass man den nicht vernünftig bedient. Das heißt, Lehrende könnten auch wieder abgeschreckt werden, weil sie sagen, ich kriege ja hier gar keine Unterstützung, also mache ich einfach weniger. Oder die finden keine Weiterbildungsmöglichkeiten, weil die Hochschulen nicht in der Lage sind, die anzubieten, weil dafür die Finanzierung fehlt. Obwohl sich Hochschulen ja als der Digitalisierung verschreiben, fehlt hier was. Also Technik allein ist da keine Lösung, da braucht es schon mehr und das wollte ich hier nochmal problematisieren. Und was ich jetzt erstaunlich fand oder finde, ist, was in der Vorbereitung auf den Vortrag mir aufgefallen ist, dass die Hochschulen, nachdem dieses erste Corona-Semester vor einem Jahr so viel Aufmerksamkeit erhalten hat, in den Medien jetzt gar keine Rolle mehr spielen. Also man spricht sehr viel über Schulen, also sehr absurde Diskussionen zum Teil mit der Inzidenz öffnen, schließen, dann in NRW wurden dann Hochschulen, wollten Hochschulen nicht öffnen, wurden dann von der Landesregierung gezwungen zu öffnen, obwohl es eigentlich nicht verantwortlich ist. Oder es gab Schulen, wo Lehrende und Eltern gemeinsam privat Lüfter angeschafft haben, die durften dann nicht betrieben werden, weil der Hausmeister nicht in der Lage ist, den Stecker zu ziehen. Oder wegen fehlenden TÜV. Also es ist wirklich absurd, will aber nur sagen, das ist, also Schulen sind da dauernd in der Presse, die Hochschulen nicht. Also ich habe da in meinen Literaturquellen, die ich Ihnen zur Verfügung stelle, einiges gefunden, wo man sieht, die Hochschulen mischen sich auch nicht selber ein, sondern die ergeben sich. Also es fehlen auch Öffnungskonzepte. Das war jetzt hier bei diesem Tweet, den ich da rausgesogen habe, wo das auch nochmal kritisiert wurde. Also dass eben die Präsenz oder hier Präsenzvorlesungen, da gibt es keine Zeitpläne. Wann, also man hofft wohl auf nächstes Semester, also auf Oktober, aber man könnte sich auch jetzt schon überlegen, kann man nicht kleinere Gruppen mit Test, wenn man Shopping machen kann oder Kaffee trinken kann jetzt, warum macht man dann nicht auch Präsenz für Hochschulen? Ich finde es auch ein wichtiges Thema, weil gerade für Erstsemester, für die Sozialisation, wenn man jetzt überlegt, wer vor einem Jahr angefangen hat, ist jetzt im dritten Semester und hat die Hochschule noch nie von innen gesehen. Finde ich problematisch. Und da könnte man schon mehr erwarten von den Hochschulen, sich dem Thema zu stellen. Aber mein Eindruck, vielleicht auch ein bisschen provokant, ist, dass sie sich so in das Schneckenhaus zurückgezogen haben und gesagt haben, das muss jetzt so sein. Also diese Normalisierung. Also es fehlt an Protest auch, das ist auch an den Studierenden gerichtet, in ein paar Artikeln, die ich da gefunden habe, da wird auch gesagt, es fehlt so etwas wie Streik oder Protest. Zum Teil gab es das, also in Berlin zum Beispiel gibt es so eine Initiative, die sie dieses Mal versucht haben, sich dem anzunehmen, ist aber glaube ich eher auf kleinerer Flamme. So, jetzt zum Ende meines Vortrags wollte ich nun mal eben, ja was können wir jetzt machen? Also ich habe jetzt viel über Probleme und Herausforderungen gesprochen, aber damit das nicht so negativ endet, versuche ich jetzt nochmal da den Blick in die Glaskugel zu werfen. Also aus der Not eine Tugend machen, hybride Lehre. Da kann man sich fragen, was soll da jetzt mit was verknüpft werden? Und auch dieses Konzept Hybridität, das habe ich jetzt hier aus der Kulturwissenschaft mal rausgezogen, ist nämlich gar nicht so augenscheinlich überzeugend, wie man, also hat seine Tücken. Weil Hybrid, so wie es in der Diskussion an Hochschulen verwendet wird, heißt meistens, wir verwenden Präsenz und digital irgendwie. Aber hier fand ich den Punkt gut, der in dem Zitat zum Ausdruck gemacht wird, also es wird ein harmonisches Bild vermittelt, dass sich Präsenz und digital gut miteinander verknüpfen. Aber das ist nicht so, weil das ist nämlich nicht einheitlich und oft auch konfrontativ. Also da kommen so Sachen wie Zugäng, Digital Divide, Zugänglichkeit an digitalen Technologien, Internetanbindung im ländlichen Raum, digitale Kompetenzen, also nicht nur von Studierenden, auch von Lehrenden für bestimmte Programme und dass das Ganze auch mit kultureller und sozialer Diskriminierung verknüpft ist. Also nicht alle lernen gleich gut. Die Gefahr ist, dass soziale Ungleichheit nicht verringert wird, sondern verstärkt oder sogar noch vergrößert wird. Das heißt, man muss sich da einfach nochmal Gedanken machen, wie man dann das jetzt gestalten will in Zukunft, also was die Technologien betrifft, aber auch die Praktiken, also das Lehren und das Lernen konkret und sowas wie didaktische Konzepte. Oft, also deswegen habe ich hier nochmal angemerkt, virtuelles Klassenzimmer ist einfach so eine Eins-zu-eins-Ubersetzung. Also man hat ein Bild vom Klassenzimmer mit einer bestimmten Architektur, die Schüler innen sitzen so und der Lehrende steht vorne und kann alles beobachten. Da geht es ja um bestimmte Machtstrukturen, die könnten im Digitalen einfach weitergeführt werden. Und die Frage ist, ist das noch zeitgemäß oder ist Hochschullehre nicht was anderes? Das heißt, das Ganze ist nicht so einfach, wie man denkt, ist eben eine Aufgabe an alle, also meine ich nicht nur die Hochschulleitung oder Lehrende, sondern auch Studierende, also sich auch einzubringen, kritisch und stark zu machen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, ich werde da nicht ausreichend erreicht oder ich fühle mich benachteiligt oder ich habe eine andere Idee, also sowas wie dieses auf Augenhöhe oder diese Partizipation. So, jetzt bin ich schon am Ende, ich glaube, ich muss auch zum Ende kommen und zwar habe ich jetzt für die Diskussion ein paar Punkte mitgebracht und zwar geht es darum, die Versprechen nochmal sich anzugucken, vor Augen zu führen und zu fragen, wer profitiert auf welche Weise von Versprechen digitaler Bildung in dem nächsten Jahr und da kann man jetzt gucken, sich die Hochschulen angucken und sich fragen, schaffen es die Hochschulen eine digitale Hochschulbildung aus der eigenen Tradition zu etablieren und nicht einfach nur was nachzubauen oder jetzt zu tun, als wären sie Google oder Facebook oder MOOC-Plattformen, sondern sich auch der eigenen Werte, die auch im Bildungsbegriff angelegt sind, zu vergewissern und versuchen, das mit den digitalen Möglichkeiten weiterzuführen. Das ist da nichts Konservatives, sondern das ist eher was nach vorne gerichtet ist, aber reflektiert ist. Und man kann auch fragen, profitieren jetzt die Studierenden in der Zukunft, also was ich ja versucht habe so ein bisschen anzuregen, werden sie auch als Ideengeber wahrgenommen und auch kritische Begleiter, die sich stark machen für eigene Bedürfnisse, die also auch Verantwortung übernehmen und es einbringen und engagieren sie sich aus. Es gibt ja eine Tradition in Frankfurt ja auch, was so kritische Theorie betrifft und gibt ja auch etablierte Formen wie Protest und Streit und da kann man ja mal darüber nachdenken, inwieweit das in Zukunft nochmal ein Thema wird. Und letzter Punkt ist dann die Wirtschaft, also profitieren die Wirtschaft weiter, also nicht nur durch ökonomische Dinge, das heißt durch Absatzmärkte von Bildungstechnologien, sondern definieren die auch, was jetzt gelernt werden soll oder welche Kompetenzen, also was wie Future Skills, das ist ein beliebter Begriff, der ist, klingt sehr gut, sehr fancy, aber ist gleichzeitig unterdefiniert, also inhaltsleer. Und sagt man jetzt Hochstuhlen müssen auch Future Skills vermitteln oder versucht man das in seine eigenen Tradition und seine eigene Vorstellung oder Philosophie zu übersetzen. Und also gibt die Wirtschaft den Takt vor, indem sie sagen, wir brauchen gut ausgebildete, anpassungsfähige Menschen, Employability und gehen die da weiter voran bei dieser Entwicklung der Hochschule zu Ausbildungsstätten, wo man sehr flexibel studieren kann. Also dieses Thema Nanodegrees, Digital Degrees oder Microdegrees, also dass ich den ganzen Bachelor machen muss oder Master, sondern ich buche mich mal da ein, mache einen kleinen Kurs bei einer Hochschule, mache im Internet auf einer Plattform was anderes, bei LinkedIn oder so und habe dann ein E-Portfolio oder Badges und zeige halt, wie toll ich mich weiterentwickele. Und geben sich die Hochschulen dem hin oder sagen die nein uns immer noch so ein Studium ist mehrere Semester und nicht nur ein Kurs hier ein Kurs da. Genau. Die Frage ist, was meinen Sie und ich danke für die Aufmerksamkeit. Damit würde ich jetzt meinen Vortrag schließen. wissen. Vielen Dank.